Hallo und herzlich willkommen zu einer, ich würde sagen, weitere Folge von Rocket League. Wir hatten ja schon mal ein Video gehabt, ganz am Anfang unserer YouTube-Karriere und die Jungs sind auch wieder dabei. Ja, hallöchen. Es ist theoretisch eine neue Folge, ja. Also ewig ist her, Rocket League. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich muss auch sagen, ich bin voll der Noob da drin, trotzdem, obwohl ich schon so einige Spiele hinter mir habe. Ja, ja. Also seit dem letzten Video ist viel passiert. Also wir sind zusammen platt in ein. Was sind wir das? Ich zumindest. Am Ende läufst du eh darauf hinaus, dass du hier irgendwas machst und bei uns ist es Tagesform abhängig. Ja gut, ich spielte auch gut. Und Gegner, und Gegner bin ich. Ja. Also sobald der Ball nur in der Luft ist, haben wir keine Chance, der Rick und ich. Ja. Da muss der Metau alleine ran. Ja. Aber wir können sie gut ärgern, indem wir sie immer bomben. Ja, ja, ja. Real Madrid. Real Madrid. So, der Metau muss. Auf geht's. Let's go. Oh, guck mal, der Rick hat 400 Ping. Hab ich? Oh, das ist ein geiler Start dann. Nice. Ja, ich bin etwa direkt gebombt, ey. Komm, nehm mal einfach mal einmal aus. Geil, erst mal direkt vorbeifahren. Nichts funktioniert hier. Perfekt. Ja, Gibi. Hab ich wirklich einen krassen Ping? Tatsache. Was? Nicht ganz 400, aber so in Richtung hat man getäuscht. Ja, klar. Ja, klar. Ja, war ja. Alles gut. Natürlich. Natürlich. Ich hab' vergessen, ich hab' vergessen. Ja, weißt du, was ein kleines Ping los ist? So, bei mir hast du 184. Actual. Du hast uns ja hoch. Oh, 192, es geht los. 200, hui. Geht gleich. Geht gleich wieder 100. Irgendwas ist immer hier. Huch. Hast du? Ja. Ja. Es läuft so gut. Ja, mit dem Ping hab' ich, das ist ein richtig guter Start. Ja, das ist so ein typischer Start. Ja, schon ein bisschen. Hier steht's sogar bei mir oben, ne. Wird ja jetzt so Discord angezeichnet. Der Rick ist noch live. Vielleicht liegt's da dran. Ach, ich bin live. Ja, ich muss noch kurz einen Anschluss machen, dann kann ich mal aufwür live zu sein. So, dann. Irgendwie immer den ganzen Tag bist du schon live. Ja, irgendwie. Ich hab' vergessen, es auszumachen. Ich bin jetzt nicht mehr live. So, jetzt bin ich wieder im Spiel. Vielleicht wird der Ping ja auch jetzt besser. Hey, ich hab' Ball nicht getroffen. Geil. Juhu. Nice, das ist ja schon mal etwas. Das ist doch ein Ball, oder? Ich rate mal, wo der Ball hinfliegt. Oh, ich hab' mich getroffen. Yeah. Jibiii. Hallo, 192. Los, Emitaro. Nein. Oh. Alter, dieser Ball. Das ist ein, ja. Normalerweise macht er die rein. Ist wirklich so. Jetzt läuft die Kamera drauf. Jetzt ist alles okay. Ja, jetzt ist er nervös. Jetzt muss ich auch gut spielen. Nice. Also, ey. Ey, ich bin echt am Bomben hier, viel. Als wär' ich so die, die großen Bedrohungen hier. Ja, die kennen dich halt nicht. Ja, daneben, Auge. Ja, also wenn ich gegen mich spielen würde, würde ich mich definitiv im Leben lassen. Ich mach' eher Hore für die Gegner. Hey, ich hab' den Ball gerührt. Nice. Ah, schade. Meine Reaktion seit gleich Null. Wow. Gut, wir haben sie auch halb, kurz vor 1, nachts. Ja, das ist schon spät. Warum, warum wir auch immer jetzt das Spiel hier anfangen, das heißt nur Gott. Ich, äh... Wir spielen halt immer... Ja, wir haben... Ja, wir haben... Ich frag' mich auch wirklich, warum diese Uhrzeit mein Ding so schlecht ist. Warte nix. Immer noch. Spielen im Haus so viele, äh... Ja, ja. Oben. Ja, um die Uhrzeit, äh... Ne, um die Uhrzeit spiel' glaub' ich gar keiner mehr irgendwas hier. Bumm. Geil. Und die Mitte hier. Zack, zack. Kopfball, Flanke... Oh, der andere... Oh. Geht nicht. Da ist er. Und den hole ich mir wieder. Ja. Die spielen aber schon krasser als, als Platin 1. Ach. Keine Ahnung, ich krieg' nur so ein Schäfer. Oder den Bomben war einfach zu viel. Ich weiß es nicht. Fühlt sich vielleicht so an. Nice. Da ist er. Boah, da wird gedribbelt. Ach, ich hab' keinen Boost, Alter. Nice. Ja. Okay, ich, äh... Vorlage. Oh! War's für'n schön! War's für'n schöner Pass. Tor, 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 Tor! Goooool! Ja, das... War jetzt genau so gedacht, ne? Muss ja da zu Wirz. Wirz zu Klose. Oh, Füllgru. Wirz zu Klose, das... Das ist ja mal ein... Schon... Oh, komm Klose, der zwei mal her. Ja, weil du Klose im Hals hast. Oh. Ja, komm. Komm, mit da oben. Komm. Mitte, Mitte. Oder noch nicht. Ist ja schlimm, ist ja schlimm. Nein, nein. Oh, ich hab'... Bin verkackt, verkackt. Oh, oh, oh Gott! Was denn? Angetäuscht. Alles gut. Lass' den Gegner doch verarschen. Mal ganz kurz Panik an allen Seiten hier. Oh, lol. Es wird wieder Bombenzeit. Oh, jetzt denkt der wirklich, der wär' was. Ich frag mich, wo ich hundert Punkte hergenommen hab. Ja, wo hast du denn hundert Punkte hergeholt? Ich weiß es auch nicht. Hundertspiel? Ja. Irgendwann ein Ratespiel für mich, diese Runde. Oh, 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 oh. Komm, komm. Junge, komm. Das. Ist noch heiß, der Ball. Tatsache. Oh. Doch, Mann. Warum? Um. Ich muss auch sagen, es ist eigentlich sehr angenehm, äh, zu wissen... Warum bin ich geil, Alter? Du bist ja ein Geiler. Was? Warum bin ich geil, Alter? Ist eigentlich ein schönes Gefühl, zu wissen, dass ich nicht meine Audiospur noch synchronisieren muss mit dem Video und alles, ist eigentlich ganz angenehm. Findest du? Ja. Aber klar, mit Auticity aufzunehmen und dann... Das ist ja schon besser, ne? Also, hört's schon tausendmal besser an. Ja, ja, ja. Aber das sollten wir schon irgendwie hinkriegen. Ich mein, das ist ja auch nur Nebensache hier, das Ganze. Ja, klar. Wir haben uns überlegt gehabt, das Ganze jetzt mal aufzunehmen. Und wir haben schon die ganze Zeit die Rede davon und... Ja, jetzt wird's mal Zeit. Boom! Boom! Wir haben schon mal hier sind. Wo ist einer zum Bomben? Wo ist einer? Ey, 50 Sekunden noch knapp. Das schaffen wir. Wir hatten schon in einer Minute schon drei Tore gehabt. Ja. Wir haben auch schon mal 5 Minuten, 12-0 verloren. Ja, das geht auch. Ah, schade. Oh, was ist denn hier los? Messie, 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 Messie. Ich komm da nicht hin. Ich würde nicht sagen, ich seh wieder Dinge. Geil. Habt ihr ja richtig, äh... Was ist das Ding? Ja, über ein Ding ist okay. Bin ich mir echt gedacht. Endlich seh ich wieder Dinge. Was sind das denn für Dinge? Sie sind rund und... Oh, 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 oh. Ja, sehr schön. Ich hab noch keinen Boost hier. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Ich hab mich geopfert. Der fliegt da... Ja, aber ich brauch immer so zwei Spiele zum Warmen. Ja, nein! Mach ihn! Ich hab ja keinen Boost gehabt. Oh, waren die schlecht. Hätten wir mal machen können. Nächstes Runde seh ich auch wieder was. Ja. Ja. Marokko-Kongo. Was? Heißt doch der eine da. Marokko-Kongo, ja. Ach ne, Marokko-Nogo. Oh, gehen die direkt raus. Feigling. Ich will sowieso sagen, das wäre... Ich weiß. Egal. Nein. Das hätte der Zuschauer nie gewusst. Vor mich scheißiger. Vor mich scheißiger. Vor mich scheißiger. Ich bin im Carsten. Oh, Anschlussverklagen. Ups. Ja. Ich hab eine Sekunde... war ich irgendwie nicht... Juhu! Hast du mir jetzt hier hinten den Bus geklaut? Ja, sicher. Du bist auch echt ein kleiner Schmuggeler. Oh. Da fliegt ein Ball. Nice. Schön gerüttet. Hab ich. Geil. Let's go. Die Mitte. Ja, da kommt er doch. Ja, nö. Wie nö. Wo ist denn der Bus? Hallo. Der ist gut, der ist gut. Der ist mir. Kann ich den dann nehmen? Nee. Wie nö. Jetzt weiß ich, wie der ist. Oh. Verdammt. Ich lieb dich. Irgendwie war ich noch dran. ob ich voll zu deinem geflogen bin. Pitchen. Ja. Genauso. Aber Zeit kommt, ne? Ja. 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 Geil. Uh, 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 uh. Ah, was wollt ihr, ne? Ihr. Selbst jetzt. Los Paxasas. Los Paxasas. Turniersieger. Uh, Season 13. Ey, wart ihr doch auch schon. Ja. Ah. Das stimmt. Wir waren auch schon Turniersieger. Wow. Muss man ja festhalten. Der geht rein. Der geht rein. Nein. Nochmal Mitte. Äh, nee. Wir waren sogar Diamant. Äh, ne? Wir waren sogar Diamant. Ja. Ja. Doppelpax immer sehr stark. Alter. Das krieg ich einfach voll fertig gemacht. Was soll das denn heißen? Nix. Das ist die Wahrheit. Ach, komm schon. Ja, sehr gut. Und nach vorne. Ja. Sehr gut. Geil. Hauptsache weg vom Carsten. Ich bin im Carsten. Actually. Mittel. Jo. So halt, ne? Ja. Ja. Hauptsache weg vom Bus geklaut. Sehr gut. Ach so. Ja gut. Sehr gut. Parade dafür gekriegt. Krass. Interessant. Oh, das war nicht so. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Da muss ich nochmal hin. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich geh hin. So, vorne. Okay, okay, okay. Sehr schöner Ball. Sehr schöner Schuss. Boah. Sehr hoher Schuss. Ja, ich dachte, kommt ein bisschen flacher. Komm mal nochmal. Das Bummeier. Ah. Alle im Carsten. Muss trotzdem einer drauf gehen. Ui. Nice. Gebombt. Erstmal aus dem Weg gefegt. Ja. Ja. Nein. Und doch. Noch. Gefährlich. Gefährlich. Blankowitsch. Oh. Da war noch 1 Minute 30. Boah. Der geht rein. Der geht rein. Der geht rein. Der geht rein. Kapuff. Mitte. Mitte. Warte bleibt da. Oh. Warte. Warte vom eigenen Map geblockt. Ja. Immer doch. Hast du. Hast du. Habe ich. ich bin hinten mittel das ist doch ganz gut so ohne hätte ich nicht hätte ich nicht gedacht dass du den eck rein ich bin hinten das ist auch gut so keine ahnung entweder war es gerade also ist ja nie geguckt das nicht bist du ja aber wir haben lange wir haben aber lange durchgegangen ist im gegentur meinst du oh ey wie kann er da nicht springen es war jetzt auch nicht unbedingt besser ich muss boost holen ich würde pinchen Ah ne, war ein Flughoffball. Geht nicht gut. Schön, schön, sehr gut. Sagt ihr so drei Spiele pro Folge? Auch. Oh nice, geiler Typ. Huiuiui. Nur noch verteidigen, egal wie. Einfach weg damit. Angetäuscht. Geil! Der erste Sieg. Guck mal, ich hab einen Ballkontakt und eine Glanzparade. Vollkommen aus gut. Kommt jetzt hier der letzte Match? Das letzte Match für die Folge, auf jeden Fall. Wow. Geil. Turniersieger. Ich bin immer der Elite-Herausforderer. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Sonnachfahrer. Oh, Türki. Haben wir den Namen falsch oder was? Stimmt irgendwas nicht. Oh, jo. Oh, jo. Äh. Darf ich auch mal mitfahren? Nö. Äh. Jetzt darf ich, okay. Alter, das war... Akku leer, oder was? Ne, das war einfach... Ne, das war einfach... Diese Animation mit dem, wer gegen wen spielt, kam bei mir, als das Spiel schon losgegangen ist. Und ich konnte nicht fahren, so lange Animation. Oh, der muss es haben. Ja, ich, äh. Nö. Als ob Josef Cohen irgendwas mit Türkei zu tun hat. Warum denn nicht? Meinst du? Naja, wir haben... Theoretisch... Äh. 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 Der Name klingt halt nicht so türkisch. Äh. Wir haben an der Arbeit einen Türke, da ist Marcel. Also... Echt? Ja. Oh, krass. Ich kenn keinen Marcel, der türkisch ist. Kann. Oder so. Sauber. Geiler Typ. Einfach im richtigen Moment gespawnt. Oh. Schade, das wäre schön gewesen. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ui, 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 ui. Kommt böse von der Decke, pass auf. Nein. 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 So muss das, so muss das Jungs. Hat dir das Batmobil? Äh. In braun, ne? Das ist das neuere Batmobil. Okay, da geh ich nicht hin. Sauber Leo. Ah. Boah, gut. Hätte ich nicht gehabt. Ich war gerade in der Drehung. Das war, äh... Jo. Oh. Ja, schade. Damit hast du nicht gerechnet? Nee, überhaupt nicht. Oh, da kriegt man da das Tor rein, alter. Ja, die Türken leider ausgeschieden, ne? Aus der EM. Ja. 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 Das war uns dafür, dass wir uns jetzt hier bleiben. Dafür machen wir uns jetzt hier. Das ist die Rache jetzt. Das sind jetzt böse. Oh, oh. Oh. Verarschen. Ja, wir braucht schon Boost, ne? Selbstverarschen mit Tricks. Also, das ist Tricks 17 mit Selbstverarschen, ne? Ja. Cool. Ah, mal bitte mit Zahn. Nice. Ja. Nochmal dran. Nein. Ah. Mach es doch, mach es. Oh, mach mich doch weg. Du sagst, als wäre das so einfach. Ich treffe aber auch gar keinen Ball. Oh, ich habe einen Bus geholt. Ja. Geht nicht. Oh, der war zu stark abgesprungen. Äh. Alter. Meine Güte. Das ist mir schon wieder too wild. Äh. Okay. Alter, mach doch nicht so was. Äh, ich hatte auch was anderes vor. Haben wir schön vorgelegt. Ah, ja, 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 ja. Ich sag ja, es ist nicht so... Ja, ja, aber... Ich meine... Wenn wir einfach richtig warm gespielt sind... Es gab auch schon andere Zeiten, wo man richtig... Also, wo man wirklich cool gespielt hat. Ja, wir haben auch... Ja, wir haben auch... Ja, aber... Wir sind einfach nicht warm gespielt. Genau. Naja. Das ist... Wir spielen auch nicht mehr so regelmäßig. Das muss man auch so sagen. Ja, gut. Gott, das spielen wir tatsächlich mit. Es gab schon andere Zeiten. Jetzt klingt es fast irgendwie was anderes, als regelmäßig spielen. Ach so. Ja, klar. Jetzt, äh... Ja! Komm! Schöne mal verarscht, ne? Haben wir gedacht, schieß rein. Haha. Nee, nee. Das Ganze kannste doch gleich sein, dass du mal Charakter hast. Aber es war geplant aus, muss man sagen. Ja, war ja. War ja. Ja, ja. Geplant aufs Tor, aber... Ich will nicht. Nee, 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 nee. Schon... Das war einfach, ja? Okay. Schon so... Jetzt wird was geplant. Jetzt sind sie nervös. Jetzt haben wir sie doch. Bitte! Nein! Mach ihn doch! Ja! Sagst du es so einfach? Ja. Mit deinem jugendlichen Leichtsinn. Genau. Nochmal Mitte. Nein, natürlich. Du musst wieder alleine machen hier. Uh, 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 uh. Rechtsausgleich. Messi, 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 Messi. Ja, guck mal hier, mit der Trio. Messi, 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 Messi. Hab ich nämlich voll verarscht hier. Boah, Bellingham-Tor. Junge, Fallrückzieher. Fallrückzieher, ja. Und last minute. Guck mal. Guck mal. Ja. Komm, 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 Rick. Gut gestört. Was hast du jetzt von mir erwartet? Gut gestört. Dass du einfach nur, dass du einfach nur da bist. Richtig. Ja, ich war halt irgendwo, ne? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich hab kein Booster. Oh. 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 Oh, Dennis. Muss ich mir den mal angucken. Boah, ich bin ein Kind von dir. Was für ein geiles Tor. Wie Harry Kane aus der Mitte. Bam, der war. Ja. Aus dem Zuschauertribüne. Oh. 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 Kevin ist da. Ja. Ui. Oh, oh, oh. Oh. Schön. Na hab ich den Rüdiger gemacht, aber sowas von. Da hast du aber sowas von der Rüdiger gemacht. Was? Junge. Jetzt. Jetzt. Jetzt nach vorne. Ja, genau so. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Pff. Nein, warum sprich zunehmen? Der verkackt. Oh. Ich hab nur zwölf Fuß. Ich hab nur zwölf Fuß. Der muss ja nur nach vorne weg. Oh Gott. Deiner, 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 deiner. Ich hab null Boost. Sauber. Ich hab 100 Boost. Alles gut. Oh, schau. Ja, kannst jetzt direkt reinhauen. Jetzt kannst du ihn reinmachen. Jetzt machen rein. Nein. Ah. Why? Guck mal, die Dinger mach ich doch eins. Tell me why you wanna. Tell me why. Komm, 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 komm. Anschluss-Tor. Das wär jetzt schön, ne? Ja. Nein. Ich bin im Casten. Oh, scheiße, deiner. Ich hab keinen Boost. Dann hol dir Boost. Komm nach hinten. Ja, ich hab doch gerade. Ach so. Oh, gefährlicher Ball von Mich. Oh. Geil. Ich hab aber nicht gehalten. Ja, ich hab keinen Boost. Ich suche als Boost. Hol dir Boost. Hol dir Boost. Oh, wo hast du das denn? Alter. Was war das denn? Der war ja richtig schön. Oh, komm. Goal, Goal, ne? Denk dran. Ein Tor. Ach, komm, jetzt schubsen die mich weg. Was war das denn? Dann schubsen wir mal zurück. Ja, perfekt. Jetzt sind wir beide hinten und die sind alle vorne. Nein. Ich bin schon wieder hinten. Ja, klar doch. Ich bin im Casten. Ja. Okay, 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 okay. Oh, oh, oh. Kevin ist damaged. Okay, verkackt. Der verkackt auch. Die sind nervös. Das kann doch nicht sein, Leute. Komm. Er ist mal weg. Ja, gut so. Jetzt wäre mal schön, wenn der Ball nach vorne geht. Das ist wohl wahr. Aber das ist ein Weg. Ja, guck mal. Ja, da ist es. Nice. Letztes Spiel, letzter Sieg. Junge. Ich sag ja, uns darf man nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Bis der Schiri abpfeift. Geil. Haben wir es doch klar gemacht hier. Letztes Spiel noch gewonnen. Perfekt. Nice. Schön, schön. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich gefällt euch auch das jetzt hiermit. Was war das? Mein Ping war gerade ganz geworden. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ähm. Genau. Vielleicht gefällt euch auch Rocket. Und, äh. Ja. Ansonsten geht's halt weiter. Schreibt's in den Kommentaren. Schreibt einfach noch Kommentare. Wie gesagt, Blend Coaster ist immer noch sonntags, ne? Und das ist einfach dein Mittwochs-Slot. Genau. Alles klar. Like und abonnieren nicht vergessen. Oh ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.